Na ihr Kleine Affen und damit herzlich willkommen zu einer neuen heißen Runde. Survival Games. Ja wir spielen auch Funkel, seht ihr ja in der Lobby. Oder also die Lobby mache ich das jetzt nicht direkt. Aber es ist zumindest nicht die Gommel-Lobby und auch nicht die Rennschnitzel-Lobby. Äh wir spielen die Mafe, äh cave, nur cave, ohne cave, 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 cave. Ja. Äh vom Funkel Team ist eine 24er Mafe und ja. Ganz kurz gehen wir da von links rein dann. Oder? Ja. Ja. Genau. Damit willst du... Musst du dich erst umschauen, ich hab äh du hast bei mir keinen Skin. Ja, ich bin recht von dir. Ja ich hab's gesehen. Mhm. Badum. Ach so was, ja. Keinen Skin. Ich hab... Ich hab eine leere Schüssel, ja. Ich hab zwei leere Schüssel, die mit einem Rutschwert sind. Ich dachte erst du sagst, dass du mich gar nicht siehst. Weil das ist ja irgendwie... Ja. Seit neuestem so, dass man hier manche Spieler nicht sieht. Oh, was mache ich denn hier? Jump in an Action. Ah, sie super Committee rooms. mal stimme. Den四… Gut hier auch dahinten ist einer, ne? Da… Unter ? Meiner, ne? Ja, hinter dir, hinter dir! Oh, so… Alter. Ok. Stиях Backload. Boah. خر Sch lyrics aider, alt Charity. Oho, Alter. Ich hab das irgendwo in meinem Inventar. Kommt die noch? Da ist noch einer. Der hat noch nix. Der hat noch nix. Der hat noch nix. Der hat noch nix. Wo ist hoch hier? Da oben ist noch einer und trotzdem. Ich hab noch eine Ecke gefunden. Bäh. Los hier einfach erstmal noch n bisschen hochklettern. Hier oben ist noch grad noch einer rumgehüpft. Ja. Der hat noch nix. Aber mir fehlen nur zwei. Na anderthalb Herzen. Boah. Na ich hab nur anderthalb Herzen. Ne zweieinhalb Herzen eigentlich. Ich hatte eigentlich einen. Was ist denn für mich? Da unten. Da unten die beiden. Erko. Nimm Erko. Oh, lass die kommen. Und ich bleib hier schön auf. Dieses Town ist es. Hier hatten wir jetzt Rob Easy, Rob Easy, Spiderweb, Spiderweb. Oh, 2-2, ja. Hä? Geht. Jeweiz. Boah, ist der Ding schon. Down? Hä? Bist der toll? Nein, nein, hier unten steht noch einer. Direkt an der Treppe. Komm, ich geh. Machen wir mal den. Äh, nicht, nicht, nicht. Das ist keine Scheiße. Haha, ist keine Scheiße. War knapp? Na ja, dreieinhalb Herzen. Na ja. Aber ich hab einen Diamanten und ich hab ne Hose. Und hast du schon ne Hose? Nee. Und noch ne Lederhose. Die trägst du doch am liebsten. Guck mal, ich hab grad überlegt, ob ich den Strom angriff geb hier. Komm ich da wieder hoch? Ich hab, äh, ja. Hast du vielleicht Stöcker? Ich hab Diamanten. Nee, ich hab nur nur ein, zwei Schüssel. Zwei leere Schüssel. So, der kommt, der kommt, der kommt. Ja. Ja. Ich bin fast voll, also geh ich auch gleich auf Angriff. Ich bin auch fast voll. Dann bleib du klar, dann mach ich den. Okay. Okay. Gut. Ja. Drei Herzen vor allem. Und ich hatte sie noch nicht voll gerackt, also weiß ich nicht. Hab wohl nicht viel vor. So. Sieht auf jeden Fall schon mal viel besser aus als die Runde gestern. Äh, Entschuldigung noch mal nach für gestern, dass das zum Schluss ein bisschen viel geleckt hat. Da bin ich ja rausgeflogen, du hast mich gar nicht mehr verstanden. Ja, schon klar, gerade trotzdem lustiges Ende. Ja. Schon mal, schon mal ein bisschen da rumgeschnippelt. Ja, die, ach so, die rennen doch jetzt gerade. Fällt mir ein. Hast du noch was an Rüstung für mich? Oh, ich wollt sagen es läuft, aber jetzt bist du weggeportiert. Ne, aber ich auch, das war Server. Okay. Hab ich gerade? Oder meintest du, ich bin weggeportiert? Ja. Dann wieder neben dir. Äh, die Rüstung hab ich nicht mehr. Hast du nen Bogen? Ich hab ein Pfeil. Ich hab drei Pfeile, aber... Bogen. Okay. Ich hab auch nur noch zu essen eine Pilzschüssel voll gemacht. Ja. Oh, da steht einer, da steht einer. Ja. Der guckt doch grad nach oben. Ah, da, ja, ja. War da unten noch einer? Oh, jetzt ist er auch noch runtergesprungen. Ja, es ist neben ihr. Meiner Meinung nach. Ah, du Arsch. Du bist so ein Kills-Flieger, das gibt es ja aber nicht. Oh, ist egal. Hier auf der, auf den Kills-Flieger. Kills ist egal. Meiner Meinung nach ist mir egal. Ja, hier ist es egal, aber auf Rentschnitzel nicht. Ja, ja. Sonst, äh. Sonst, äh. Wieso nach steht. Ja, cool. Deadmatch, ne? Ja. Da ist ich vielleicht noch ein Brot. Ja, eigentlich auch nur so ein große Map. Also... Einen. Der Moros. Der Moros. Ja, super. Die Böhle. Oh, ich höre ja jetzt erst, dass wir ein Echo haben. Ach ja, jetzt fällt es mir auch ein. Nein. Es fällt mir ein, nein, nein, nein. Jetzt haben wir einen Doppelzig. Das ist voll. Ja, was ist das? Erstmal untopfbar. Schnee, ich hab noch... Jetzt hab ich's dringend. Oh, ich hab noch ein Oberteil gewechselt. Ah, der hat ja einen Eisenschwart. Oh, die Masse... Ach, den verhauen wir ja ohne Probleme. Und dann müssen wir gleich angreifen, ne? Hä, dann ist gar kein Schwer. Der hat's jetzt getroppt. Ah, der hat ja gerettet. Du hast doch gesagt, wir müssen gleich angreifen. Oh, da haben wir gleich angreifen. Ich hab in eine Stunde... Doch, nicht damit gerecht. Ey, ich tauch einfach bei... einem anderen Spiel auf. Okay. Das hatte ich letztens auch mal. Ja, äh... Ich hab's jetzt so weitgelegt. Ja, fach. Ja, da. Ich hab noch ein bisschen. Eins. Hinterverstecken. Lobby. Lobby. Ja, eins. Ja, ich würde sagen... Ja, ich würde sagen... Ich würde sagen... Wir sehen uns... Nächste Woche wieder. Bei Survival Games. Survival Games. Survival Games. Und das entweder auf dem Funnel Server oder auf dem GOMMA HD Server. Ja, das war jetzt irgendwie zu easy gerade, Robert. Das war unser erster Versuch heute. Ja, ist richtig, aber... Was sollt. Ja, ist cool. Läuft. Gut. Läuft. Dann... Bis dann. Bis Dealer. Äh... Guck wieder rein. Bleib dran, kann ich gar nicht sagen. Jetzt hast du... Jetzt hast du wieder mit den Kids gewonnen, ne? Du kleiner Arsch. Ich weiß es nicht. Du hast darauf genug gewonnen. Jetzt sag endlich tschüss. Ah, nein. Tschüssi. Tschüssi. Hahaha.